Zählen statt Summieren. Lernen Sie hier die Unterschiede zwischen Zählen-Wenn und Zählen-Wenn-S kennen. Auch hier ist der Aufbau der Funktionsargumente anders als bei der Funktion Zählen-Wenn. Ein weiteres Exemplar der Wenn-Funktionen ist die Funktion Zählen-Wenn. Wollen Sie nicht den Wert, sondern die Anzahl der vorkommenden Elemente zählen, so ist das die Funktion Ihrer Wahl. Ich habe hier ein Beispiel vorbereitet, das den Namen BSPX2010 Zählen-Wenn trägt. Dieses Beispiel werden wir gemeinsam vervollständigen. Ich benötige wieder die entsprechende Funktion, gehe in die Bearbeitungsleiste, rufe Zählen-Wenn auf. Zählen-Wenn benötigt zwei Argumente, den Bereich und die Suchkriterien. Suche nach meinem Bereich, den kann ich mit der Funktionstaste F3 abrufen, das ist der Mehrwertsteuersatz. Und dann benötige ich noch das Suchkriterium. Das Suchkriterium soll die Prozentzahl sein, die in der Zelle B15 steht. Ich schließe die Klammer und meine Funktion zählt die entsprechenden Werte. Ich kann es mir jetzt einfach machen und diese Funktion einfach nach unten kopieren und wir erhalten den zweiten Wert, der alle Beträge, die mit 19% beaufschlagt werden, zählt. Ähnlich wie bei der Funktion Summe-Wenn gibt es auch hier eine Funktion Zählen-Wenn-Es. Auch hier gibt es bereits ein vorbereitetes Beispiel, das ich öffne. Dieses Beispiel ähnelt Summe-Wenn-Es. Ich hatte hier bereits die Formel eingetragen, aber wir werden nochmals gemeinsam die entsprechenden Schritte gehen. Was ich benötige ist, wie sollte es auch anders sein, die entsprechende Funktion Zählen-Wenn-Es. Ich brauche die Argumente, das heißt den Kriterienbereich. Auch hier habe ich wieder Namen vergeben. Der erste Kriterienbereich, der erforderlich ist, die Mehrwertsteuer. Dann benötige ich das Kriterium. Übrigens können Sie natürlich auch direkt in den Funktionsassistenten wechseln. Sie gehen auf Kriterien 1, drücken die F3-Taste, wählen Kriterien 1 aus. Und jeweils, wenn Sie in die Kriterien hineingehen, öffnet sich ein weiterer Kriterienbereich. Ich wähle nun Kriterienbereich 2 aus und das zugehörige Kriterium ebenfalls wieder abgerufen mit der Funktionstaste F3. Insgesamt haben Sie die Möglichkeit, bis zu 127 Argumentenpaare in dieser Funktion zu vergeben. Schließe ich nun mit OK, dann sehen Sie die entsprechende Berechnung. Artikel, die mit 19% Mehrwertsteuer berechnet werden und einen Nettowert größer 500 Euro haben, werden gezählt. Das Ergebnis ist 6. Geben Sie bei der Mehrwertsteuer 7% ein, so erhalten Sie als Ergebnis 4 Stück zurückgeliefert. Zusammengefasst kann gesagt werden, die Funktionen Summe-Wenn und Zählen-Wenn sowie Summe-Wenn-Es und Zählen-Wenn-Es erleichtern Ihnen die Arbeit, wenn Sie große und lange Listen nach bestimmten Kriterien auswerten müssen.